Was halten Sie von BankingCheck und vom jährlich stattfindenden BankingCheck Award? Gut, wir sind zum ersten Mal dabei. Ich finde, es ist eine sehr gelungene Veranstaltung. Viele nette Gespräche, viele gute Gespräche gehabt und ein sehr illustrer Kreis der Teilnehmer. Wie wichtig sind Ihnen denn die Meinungen und auch die Erfahrungswerte Ihrer Kunden auf BankingCheck? Ja, also ich glaube, das ist existenziell für uns. Wir als Filialbank, als Berliner Bank sind extrem darauf angewiesen, auf die Meinung definitiv der Kundinnen und Kunden. Und zwar deswegen, weil wir davon ja leben auf der einen Seite und mit BankingCheck eine Möglichkeit haben, ein wirklich objektives Instrument mitnutzen zu können, wo wir einfach Dinge von Kunden erfahren, die wir vielleicht bilateral nicht gesagt bekommen. Welchen Nutzen haben Sie aus den bisherigen Bewertungen gezogen oder werden Sie jetzt ziehen? Genau, also da es ja die erste Bewertung für uns sein wird, werden wir uns sicherlich im Detail damit beschäftigen, um einfach zu sehen, wo können wir besser werden, wo können wir aber auch so gut bleiben, wie wir schon sind, um das zu bewahren, was wir dieses Jahr erreicht haben. Ja, also da es ja die erste Bewertung für uns sein wird,